Stefan habe ich deswegen gebeten, mal ein Interview mit mir zu machen, weil der sich auskennt mit Rallys. Und eine Rallye, das würde ich auch gerne noch mal machen, so eine Rallye mitzufahren. Und er ist nicht nur Rallye-Veranstalter, wie ich das verstanden habe? Nö, Veranstalter nicht. Also ich habe vor vielen Jahren mal Interesse halber angefangen, bei Rallys mitzufahren. Und das wurde dann im Laufe der Jahre mehr. Man kommt dann in das Netzwerk rein, lernt viele andere Rallye-Begeisterte und Interessierte kennen. Und dann kommt ja immer wieder die Frage, ist man Fahrer oder Beifahrer? Wo hat man mehr Talent? Im Moment ist man vom Magen her seefest, was ja bei Rallys eine ziemliche Rolle spielt. Man hat ja da ständig als Beifahrer den Kopf im sogenannten Roadbook, wo man dem Fahrer vorlesen muss, wann er wo wie abzubiegen hat oder wo die Fahrt eben hingeht. So kam eben der Einstieg. Und mittlerweile mache ich das Beifahrer, die Tätigkeit so semiprofessionell, bin also im Jahr gut und gerne bei einem Dutzend oder mehr Rallys mit an Bord. Und das ist eine schöne Beschäftigung, kommt man rum. Also jemand, der wirklich sich gut auskennt mit dem Thema Rallys und das finde ich deswegen spannend, weil natürlich mit einem alten Porsche man auf eine ganze Menge Rallys in der Theorie jedenfalls zugelassen ist. Erste Frage von mir als jemand, der noch nie an einer Rallye teilgenommen hat, wäre, was gibt es denn eigentlich für Rallys? Für mich ist ja eine Rallye was, wo ich losfahre und dann möglichst schnell irgendwo ankommen muss. Das gibt es aber gar nicht mehr heutzutage oder wie sieht das aus? Nee, das gibt es nicht mehr. Das wäre natürlich auch mit den, erstens zum einen Mal mit der Straßenverkehrsordnung bei der Verkehrsdichte, wie wir sie heute haben, nicht mehr vereinbar. Und Rallye bedeutet heutzutage in Verbindung mit Oldtimern, dass es um Gleichmäßigkeitsveranstaltungen geht. Das heißt, wer eine Rallye veranstaltet, muss die behördlich genehmigen lassen, die genaue Strecke ausarbeiten. Die muss dann von den Gemeinden und von den Behörden freigegeben werden. Für die gesamte Strecke ist ein Schnitt von maximal 50 km h zulässig. Das heißt, der Veranstalter darf eigentlich keine Aufgaben stellen bei der Rallye, die zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder Geschwindigkeiten über 50 km h notwendig wären. Und insofern ist der Begriff Rallye etwas, es klingt sportlicher, als es dann ist, aber es gibt dann natürlich auch noch erhebliche Unterschiede bei den Rallyes. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Tagesveranstaltungen, die ja dann meistens am Wochenende stattfinden, Samstag, Sonntag, bis hin zu mehr Tagesveranstaltungen, wo es so bekannte Namen gibt wie eine Mille Mille Jahr, die ja auch mal als Rennveranstaltung begonnen hat in den 20er Jahren und die eben heute auch eine Gleichmäßigkeitsveranstaltung ist, wo es mittlerweile über vier Tage geht und nicht mehr über drei Tage. Und so ist eigentlich das Angebot von Veranstaltungen sehr umfangreich. Es gibt für jeden Geschmack, für jedes Portemonnaie oder Budget gibt es eigentlich eine große Auswahl an Rallyes, an denen man teilnehmen kann. Und auch von der Art der Veranstaltung. Grundsätzlich ist ja die Zielsetzung einer Rallye, die eine vom Veranstalter vorgegebene Wegstrecke zu befahren und Aufgaben, die auf dieser Wegstrecke liegen, dann zu meistern. Diese Aufgaben sind dann beispielsweise verknüpft mit Zeitkontrollen, wo man ab seiner Startzeit zu einem gewissen Zeitpunkt eben wo ankommen muss. Da bekommt man den Stempel. Dort kann dann eine Wertungsprüfung stattfinden. Wertungsprüfung bedeutet, man hat eine Aufgabe, wo man beispielsweise eine oder mehrere Lichtschranken in vorgesetzten Sekundenzeiten durchfahren muss. Und da entscheidet sich dann eben, wie geschickt man ist im Beschleunigen und sekundengenauen Treffen einer Lichtschranke, einen Geschwindigkeitsüberschuss oder ein Defizit zur nächsten Lichtschranke, die vielleicht in fünf Sekunden dahinter kommt, das dann wieder auszugleichen. Und so bauen sich diese Aufgaben eben entsprechend auf, bis man dann am Abend oder nach ein paar Tagen das Ziel erreicht. Gemeine Frage, ist das nicht langweilig, da jetzt irgendwelche Schnitte zu fahren von 50 und dann irgendwelche Aufgaben zu erfüllen? Ne, ganz und gar nicht. Denn wir müssen jetzt dann natürlich nochmal folgende Unterscheidung treffen. Diese 50 kmh als Geschwindigkeitsobergrenze werden umgerechnet von der Streckenlänge. Also sagen wir mal, eine Tagesetappe ist 250 Kilometer lang. Wenn man diese 250 Kilometer mit maximal 50 kmh pro Stunde fährt, dauert das im Klartext fünf Stunden. Und da geht es sicherlich nicht um Höchstgeschwindigkeiten. Das ist also diese allgemeine Definition mit dem Schnitt oder mit der Gleichmäßigkeit. Dann gibt es allerdings noch spezielle Aufgaben bei Rallys, wie beispielsweise einen gewissen Streckenabschnitt, ziemlich exakt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von sagen wir mal 33 km pro Stunde zu fahren. Da stehen dann irgendwo, wenn es eine unbekannte Kontrolle ist, zwischen den Büschen steht eine Lichtschranke. Oder heute im digitalen Zeitalter kann man auch mit einem GPS-Transponder messen an gewissen definierten Messpunkten, ob die Teilnehmer diese 33 kmh konstant über ein paar Kilometer genau fahren können oder nicht. Und aus den Abweichungen, die es an den Messpunkten gibt, resultiert dann ein entsprechendes Strafpunktekontingent, das dann am Ende der gesamten Rally mit den anderen Strafpunkten zusammengerechnet wird und daraus ermittelt man dann den Sieger. Zum Thema Langeweile. Langeweilig wird es dabei nie, denn es passieren natürlich immer unvorhergesehene Dinge. Es kommt nicht selten vor, dass man rechts mit links verwechselt, was dann natürlich auch zum... Passiert ja auch in der Politik heutzutage ganz häufig. Was dann zu Irritationen natürlich im Auto führen kann. Man verfährt sich oder es ist ein landwirtschaftliches Gerät irgendwie vor einem unterwegs. Man kommt nicht dran vorbei. Damit ist natürlich die ganze Schnittkontrolle im Eimer. Also da passieren immer unvorhergesehene Dinge, die das Ganze spannend machen. Also alles andere als langweilig. Wenn ich jetzt als Anfänger sowas mal mitmachen muss, hättest du dann einen Tipp? Und zweite Frage und wichtigste Frage auch, was kostet das Ganze denn eigentlich so ungefähr, wenn man jetzt so eine Anfänger-Rallye mitfährt? Also wenn man sowas mal probieren würde oder will, empfiehlt sich auf jeden Fall mal mit einer Tagesveranstaltung anzufangen. Da gibt es in der näheren Umgebung sicherlich die eine oder andere Veranstaltung, die man mal so anschauen kann. Der ADAC und andere Motorsport-Clubs richten ja selbst auch solche Veranstaltungen aus. Da kann man sich auf den Webseiten entsprechend informieren. Und jeder, der einen Oldtimer hat, kennt natürlich in seinem persönlichen Umfeld auch Leute, die vielleicht das eine oder andere wissen. Also so stößt man mal vielleicht auf eine Liste oder das eine oder andere, was interessant sein könnte. Und dann muss man sich halt überlegen, was man für eine Art von Rallye fahren möchte. Ob man jetzt Lichtschranken-Hüpfereien veranstalten will oder wenn man in der Schule in Geografie und Kartenlesen immer schon besonders gut war oder eine Vorliebe dafür hatte. Da empfiehlt es sich dann natürlich auch Orientierungs-Rallys zu machen. Das sind also diese Rallys, wo man keine Chinesen im Roadbook hat. Chinesen sind diese aufeinanderfolgenden einfachen Wegstrecken-Markierungen, die anzeigen, da an dem Klick nach links und in dem Kreisverkehr gerade drüber. Das ist also diese sogenannte Chinesen-Rallye. Bei den Orientierungsfahrten ist es so, dass man eine Aufgabe bekommt, wo man einen Punkt in der Karte hat, an dem man startet. Und da muss man dann über verschiedene Pfeile, Punkte und andere Markierungen, muss man sich den Weg erarbeiten und suchen. Und dann natürlich auch entsprechend dem Fahrer rechtzeitig ansagen, bei der Kurve dort vorne müssen wir dann nach links abbiegen und dann geht es ein langes Stück geradeaus. So läuft das dann. Und nochmal zurück zur Frage Kosten. Womit muss ich rechnen, wenn ich jetzt so eine Tagestour mache und was kann ich am oberen Ende ausgeben, wenn ich von Shanghai nach Peking fahre oder was auch immer es da gibt? Also für eine Tagesveranstaltung muss man rechnen so zwischen 130 Euro bis 230,50. Da sind dann natürlich die Startnummern und so ein paar Unterlagen und alles dabei. Meistens ist da auch ein Mittagessen oder das Essen bei der Siegerehrung oder Abendveranstaltung dabei. Das ist also glaube ich mal so ein ganz guter, grober Richtwert für eine Tagesveranstaltung. Peking oder Paris Shanghai oder Peking Paris, das sind natürlich dann die ganz großen Dinger, die gehen ja über mehrere Wochen und Monate. Da liegen die Nenngelder und die Budgets für sowas im deutlich mittleren bis höheren fünfstelligen Bereich. Plus das Fahrzeug, das man natürlich dann auch für solche extremen Veranstaltungen speziell präparieren muss. Was brauche ich als Minimalausstattung? Brauche ich so eine Stoppuhr oder so ein Stoppuhrset dann für mein Auto oder was brauche ich dann? Ja, die Minimalausstattung für so eine Tagesveranstaltung ist auf jeden Fall mal ein bis zwei Stoppuhren. Plus, was man auch haben sollte, ist ein sogenannter Wegstreckenzähler. Denn bei den Rallys mit Chinesenzeichen sind die Entfernungsabgaben immer auf zehn Meter genau. Und das zeigt ja ein Tageskilometerzähler eben nicht an. Da gibt es dann Zählwerke, sogenannte Tripmaster oder Retro-Trips oder Haldas, wie die Geräte damals in den 50er, 60er Jahren hießen. Das sind Zahnradlaufwerke mit einer Anzeige, wo man zwei Stellen hinter dem Kilometerkomma eben auch ablesen kann. Das Ganze wird dann entweder über die Tachowelle oder über einen Radsensor mit dem Fahrzeug verbunden. Und am Anfang fährt man eine Eichstrecke, um zu prüfen, ob das auch stimmt, die Angabe. Und dann geht es eben los. Macht denn so ein Klassiker? Ich meine, die sehen ja schön aus. Diese Haldas und diese Tagheuer, um jetzt nochmal ein, zwei Namen zu nennen, die wir vielleicht nicht nennen sollten, diese Tagheuer-Sets. Sind die denn noch so gut, dass man solche Klassiker auch einsetzen kann bei so einer Lichtschranken-Rallye? Absolut. Also, ich würde sagen, das hat damals gut funktioniert. Also funktioniert es auch heute noch, das ist das eine. Zum anderen ist es auch so, dass in ein klassisches Fahrzeug ja eigentlich auch klassisches Instrumentarium gehört. Nichtsdestotrotz muss man heute sagen, bei den High-Performance-Rallyes, wie auch einer Mille Mille, reden wir mittlerweile über Cockpit-Ausstattungen, die einem Airbus fast in nichts mehr nachstehen. Viele digitale Anzeigen, also das ist teilweise für den Puristen und den, der an dem Authentischen interessiert ist, ein Gräuel halt. Aber so entwickelt sich das und seit es auch GPS-Messtechnik gibt, wo der Veranstalter sozusagen einen GPS-Transponder auf jedes Fahrzeug drauf bappt, das dann die Streckenüberwachung und die Geschwindigkeitsüberwachung macht, hat natürlich auch die digitale Technik in den Cockpits Einzug gehalten. Und um da nur mal ein Beispiel zu geben, ich bin vergangenes Jahr das erste Mal die Rallye Monte Carlo Historic mitgefahren. Man kann durchaus sagen, das ist ja die Mutter aller Rallyes, noch dazu ist es eine Winterveranstaltung, stellt also ganz besondere Herausforderungen auch an den Fahrer und das Gerät, mit dem man unterwegs ist. Gut, in Frankreich kann man Spikes aufziehen, das ist schon mal eine Hilfe, wenn es um die eisigen Strecken und Passagen geht. Aber bei der Rallye Monte Carlo ist das eben so, dass im Verlauf dieser vier Tage 15 Wertungsprüfungen gefahren werden. Diese Wertungsprüfungen sind alle auf Gleichmäßigkeit zu fahren, das heißt, man startet irgendwo in einem Tal, hat die Aufgabe da über Serpentinen auf einspurigen Waldwegen und Strecken irgendwelche Pässe zu überqueren und dann auf der anderen Seite wieder runter zu fahren. Und das Ganze soll man mit einer Schnittgeschwindigkeit von sagen wir mal 47,5 kmh machen. Das klingt erstmal nach nichts. Wenn man aber versuchen muss, auf dieser Strecke diesen Schnitt zu halten, merkt man relativ schnell, was das für eine große Herausforderung ist, die auch für den Fahrer natürlich exzellente Handhabung und Beherrschung des Autos bedeutet. Rallye Monte Carlo Historik, schönes Beispiel, weil das ist ja auch so eine klassische Porsche Rallye. Komme ich da mit meinem 65er Porsche rein? Ja, durchaus. Also jahrgangsmäßig ist das kein Problem. Es kann allerdings sein, weil die Bewerberzahlen sind ja, glaube ich, schon so hoch, dass sich da um die 500 bis 600 Teilnehmer bewerben. Startplätze sind reglementiert. Im vorigen Jahr waren es 375, dieses Jahr sind es, glaube ich, 325 gewesen. Also da gibt es ein Selektionsverfahren. Und da die Rallye Monte Carlo Historik ja eine Veranstaltung ist, die als Sternfahrt zu einem Sammelpunkt führt, wo Fahrzeuge in unterschiedlichen europäischen Städten dann eben starten, zu dieser Anfangsetappe, ist es so, dass aufgrund der starken Zunahme von Porsche 911ern in den Nennfeldern in den vergangenen Jahren es schon schwieriger geworden ist, dann mit so einem Fahrzeug auch dort starten zu können, wo man möchte. Also wenn du jetzt beispielsweise denkst, ah, Bad Homburg, wunderbar, das ist um die Ecke, da melde ich mal meinen Porsche an, kann es passieren, dass der Veranstalter sagt, nee, tut uns wahnsinnig leid, aber ab Athen würden wir sie mitfahren lassen. Werden diskriminiert, das muss man mal ganz klar sagen. Als Porsche-Fahrer diskriminiert zu werden, ist ja ganz schlimm. Ja, nee, diskriminierend kann man nicht sagen. Die Veranstalter haben natürlich auch ein Interesse, den Besuchern und den Zuschauern ein vielfältiges Angebot an klassischen Fahrzeugen zu präsentieren. Zum einen insbesondere auch Fahrzeuge, die bei den damaligen originalen Veranstaltungen teilgenommen haben. Also wenn jetzt jemand ein Auto hat, das damals bei einer originalen Rallye Monte Carlo dabei war, hat der natürlich immer einen gewissen Vorteil aufgenommen. Gibt es einen Geheimtipp, was Autos angeht, also so eine Art Carte Blanche, mit dem man immer reinkommt, um mal die Monte Carlo-Historik zu nehmen? Boah, ja. Gute Chance, eurer Frau zu sagen, ich brauche dringend einen Renault Alpine A110 zum Beispiel. Ja, ich glaube, es fehlt doch noch ein 904 bei dir in der Garage, oder? Ja, und das Geld dafür. Ja, so tief können die Taschen gar nicht sein. Ne, also eine Carte Blanche gibt es da eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn man ein Auto hat, das damals original dabei war, hat man immer eine Startplatzgarantie. Und ansonsten bin ich eigentlich der Überzeugung, dass es immer sehr charmant ist, auch sogenannte Outsider-Autos zu finden. Es gibt bei einer Mille, wie auch bei der Tour Auto in Frankreich, gibt es ja Listen von Fahrzeugen und Modellen, die für die Veranstaltungen zugelassen sind. Und wenn man da reinguckt, findet man da auch beispielsweise ein Auto Bianchi A112. Ja, wunderbar charmanter Kleinwagen, mit dem auch damals Privatfahrer an sowas teilgenommen haben, weil das für sie vom Budget bezahlbar war und weil sie keine Werksunterstützung oder sonst was haben. Das ist vielleicht bei einer Winterrallye auch gar nicht so schlecht, wenn man als Anfänger da reingeht. Apropos Winterrallye, wenn ich meine Frau jetzt auf den Beifahrersitz setzen würde von so einer Winterrallye, dann würde die mir nach zwei Stunden sagen, jetzt können wir mal zur Seite fahren und anhalten und mich muss ich ein bisschen aufwärmen. Ich kann aber auch einen kälteresistenten Beifahrer in deiner Person und in Person anderer Co-Piloten mieten, wie ich verstanden habe, was mir ganz neu war. Ja, das ist eigentlich kein Geheimnis. Es gibt eine Menge Leute, die das mal als Hobby angefangen haben und die dann mehr und mehr gefahren sind und da reichen die Gestaltungsspielräume von derjenige, der den Beifahrer bucht, übernimmt die kompletten Meldekosten und halt das, was an Fahrzeugaufwand anfällt, bis hin zu den exklusiveren Beifahrern, die vielleicht früher auch mal mit Walter Röhrl oder so gefahren sind und für die man natürlich dann halt ein Tageshonorar bezahlen muss, wenn man die auf dem Beifahrersitz arbeitet. Ich frage dich jetzt nicht, was das kostet. Ich glaube, das kann jeder selbst tun, der sich das hier vielleicht anschaut und sagt, das würde mich auch mal interessieren, so eine Rallye zu fahren. Kontaktmöglichkeiten, was deine Person angeht, gibt es eine Website oder sowas? Nee, Website gibt es nicht. Man findet mich über Facebook unter Stefan O. Auer. Da kann man ja immer mal auch eine direkte Nachricht schicken oder eine Anfrage stellen und ich bin da auf jeden Fall in einem, sagen wir mal, vergleichsweise überschaubaren Budgetrahmen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht machen wir die nächste Rallye ja gemeinsam. Einen Beifahrer kann ich sicherlich mal gebrauchen, weil die Frau ist für eine Rallye bei Eis und Schnee wahrscheinlich nicht zu haben. Stefan, dir ganz herzlichen Dank für das Interview. Noch viel Spaß auf der Techno Klassiker und vielleicht bis zur nächsten Rallye. Gerne. Also, danke. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018